Willkommen beim Sturm auf den Schiffen. Hier gab's was Gutes. Weg um sieben, ein Fluch. Aus Ungarn, Tonaufbau. Und selbstverständlich die Mooskirche, die Hausherrn, denen uns eine gute Freundschaft verbindet. Am Sonntag die große Feldmesse mit dem Schützenchor St. Anton und der Stadtblaskapelle Deutsch-Wanzberg. Anschließend ins Zelt zum Frühschoffen mit der Stadtkapelle Deutsch-Wanzberg und den Moorbrassern. Der Höhepunkt für uns war der Lächterauftritt beim Akkordeongriff. Und unser Jugendauswahlorchester hat sich durch Traumös geschlagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Raumgefohlenorchester Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Danke vielmals.